Musik Aktion Mensch bedeutet für mich ein positives Signal des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Seit 50 Jahren tragen Millionen Spendern mit ihren Losen dazu bei, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf allen Feldern des gesellschaftlichen Lebens immer selbstverständlicher wird. Musik Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das erfolgreiche Miteinander von Aktion Mensch und unserem Verband das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung immer besser gelingen lässt. Dafür stehen auf unserer Seite viele tausend Einrichtungen und Dienste. Musik